Hallo meine Lieben, wir sind wieder da mit einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen den Rear Choke, der im Mixed Maßstab in verschiedenen Wettkämpfen eingesetzt wird. Wir machen den Rear Choke aus dem Stand. Ich werde das Ganze in zwei verschiedenen Winkeln zeigen und werde es langsam erklären. Und ja, wo die ganze Ausführung wichtig ist, wie der Griff angesetzt wird und was man insbesondere sehr achten muss, dass man den Partner hier nicht verletzt. Das heißt, es gibt eine Absicherung bei der Übung. Die Absicherung ist dann, wenn man einen Kinn nach unten gibt, damit der Partner auch dann die Übung machen kann. Und im Training gewöhnlich ist es so, dass man natürlich den Druck immer langsam aufbaut, bis der Partner dann quasi leicht abklatscht. Und ja, das werde ich euch demonstrieren. Das andere ist, vergesst nicht das Video mit Daumen hoch zu klicken und uns zu abonnieren, unterstützt den Kanal. Wir machen dann mehrere Videos pro Woche, Lehrvideos, die euch dann vielleicht helfen, da und dort Techniken zu lernen. Wie gesagt, wenn ihr den Kanal unterstützt, gibt es auch immer mehr von den Videos. Kommentiert den Kanal, kommentiert die Videos. Ja. Soweit zu den Geschäden zur Übung rüber. Ich zeige euch jetzt mal den Beginn. Wir stellen uns in die unmittelbare Distanz, das ist halt hier die Fauststoßdistanz, wo wir halt mit der Faust und gleichlich hinkommen. Wir stellen uns hier in die Ausgangslage. Ist auch wieder hier egal, ob ihr die Ausgabe-Position nehmt oder die Parallel-Position nehmt. Stellt euch hin. Achtzeit für Distanz. Nehmt ihr Partner in den Fokus. Wir starten mit nach unten drücken. Jetzt ist es wichtig, wir gehen in die Nahdistanz. Gehen mit der einen Hand in die Absicherung von dieser Schlagseite. Die andere Hand geht hinten beim Schulterblatt. Drehen den Vater zur Seite. Und jetzt, der Arm bleibt hier fixiert. Das heißt, wenn der Vater hier probiert, irgendwie den Schlag anzusetzen, ist er hier fixiert. Wir drücken den Vater noch mehr ein, bis die Hand hier unter der Kehle geht. Wir nehmen die zweite Hand hier rüber und greifen. Ich zeige es noch vom anderen Winkel hier fest zu. In dem Fall habe ich es dem Partner gesichert und kann mit einem leichten Druck auch anfangen aufzubauen. Wenn der Partner nun abgleitscht, lasse ich wieder los und die Übung kann von vorne losgehen. Oder wir können es abwechseln. Ich zeige es noch vom anderen Winkel, von der anderen Brust zu. Wir wechseln hier. Wir stellen uns hier, nehmen wir die Parallelistanz. Wie gesagt, Parallel oder Ausleger ist mir egal. Wir ziehen nach unten. Die eine Hand geht hinter die Schulter. Die andere Hand drückt hier an die Schulter. Vorne beim Gäbtermuskel. Wir drehen den Partner durch den Druck. Nehmen den hier, quasi die Speiche, den Innenbereich vom Unterarm. Gehen hier rundherum. Fixieren hier wieder. Die Hand ist hier über den Bizeps. Die andere Hand ist hinter dem Hinterkopf. Und wir drücken hier sozusagen, bis der Partner wieder abkatscht. Und das war die ganze Übung. So, ich zeige es noch von den anderen Winkel wieder etwas mehr flüssiger. Das schaut dann so aus. Eins, zwei und der Griff ist schon da. Wechsel. Die andere Seite. Eins, zwei und der Griff sitzt. So, wir wechseln hier in die Position. So, das war es mit dem Video. Wie vorhin erwähnt, kommentiert den Kanal, kommentiert die Videos, gebt ein Like nach oben. Abonniert den Kanal, unterstützt den Kanal. Ich würde mich freuen. Es gibt wieder weitere Videos kommende Woche. Und ja, wie gesagt, bleibt fit, bleibt in Bewegung. Peace und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.